Hallo Finanzmarktwelt Community, mein Name ist Mario Starnröcken, ich bin ehemaliger Parkethändler, ich bin Daytrader, ich bin Profi für technisches Trading und ich möchte euch heute mitnehmen, wieder ein Stück weit auf die Reise in die Welt der Charttechnik. Besonders spannend, zuletzt Gold und Silber, die Edelmetalle haben den Weg nach oben eingeschlagen und da ist jetzt wirklich die spannende Frage, ist der Ausbruch geglückt? Sehen wir jetzt nochmal eine dynamische steile Rallye, vor allem im Silber ist ja deutliches Potenzial noch vorhanden und genau darum geht es in diesem Video und bevor wir damit anfangen, aber noch eine kleine Bitte. Ich habe einen kleinen YouTube Kanal mit aktuell etwas mehr als 3000 Followern, bin ich richtig stolz drauf, macht mir riesig Spaß, es geht um das Thema Trading lernen, es geht um das Thema Charttechnik, alles was damit zu tun hat und ich möchte es schaffen in diesem Jahr noch die 10.000 Follower Marke zu knacken und deshalb würde ich mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, Mario Starnröcken und jetzt geht's los, deswegen Kamera aus und die Glaskugel an. In der letzten Woche hatte ich gesagt, dass wir den Bereich 12.900 bis 13.000 Punkte im DAX als erstes Short Niveau nehmen können und zum Handelsstart ist der DAX auch knapp an dieses Niveau herangelaufen, hat die 12.900 Punkte Marke aber nicht erreicht und dann setzt wieder, naja, die Sommerlochflaute ein, Abwärtsbewegung, hier im Bereich 12.400, 12.500 haben wir ein Unterstützungsniveau, das wurde angelaufen und das hat vor allen Dingen am Freitag auch nochmal gehalten, das wurde knapp unterschritten und dann am Freitag hat der DAX auf hoch geschlossen, also am Tageshoch und das war jetzt erst einmal ein Zeichen der Stärke, zumindest kurzfristig sehe ich weiterhin einen Anlauf in Richtung 12.900 bis 13.000 Punkte möglich. Jetzt haben wir ja aber Anfang der Woche schon dieses Niveau knapp verfehlt und ich bin ein Freund davon, so ein Short Niveau wirklich im ersten Anlauf zu handeln und jetzt ist es fraglich, war dieses schon der erste Anlauf, deswegen würde ich hier im Bereich 12.900 bis 13.000 Punkte erst einmal schauen, nicht direkt Shorten, sondern gucken, wie sich der Markt verhält. Sehen wir hier auf Stundenbasis, so Schattenbildung auf der oberen Seite, so wie wir das hier schon mal gesehen haben, dann wäre das ein Zeichen der Schwäche, dann wäre das eine mögliche Short Position und getreu dem Motto, the trend is your friend, wäre der Bereich 12.400, 12.500 erstes Ziel, später der Bereich um die 12.000 Punkte Marke. Sollten wir uns hier nur seitwärts weiter auf hohem Niveau bewegen, dann gilt die 12.900 bis 13.000 Punkte Widerstandsmarke, die wird dann immer mehr aufgeweicht wahrscheinlich und ein Ausbruch nach oben wird wahrscheinlicher. Dank Sommerflaute rechne ich damit aber noch nicht, aber es muss auch nicht hier zwingend zu einer wirklich steilen Abwärtsbewegung kommen. Schauen wir uns den S&P 500 an, da hatten wir zuletzt die 3137 bis 55 Marke als Unterstützungsniveau, da sind wir am Montag nach oben rausgebrochen und diese Marke, da hätte ich deutlich mehr Druck nach oben erwartet, deutlich mehr Dynamik, ist aber nicht gekommen. Das Niveau hat erstmal als Unterstützung gehalten, wurde dann aber so gekreuzt, hoch, runter, hoch, runter und das ist dann ein Zeichen, dass dieses Niveau wahrscheinlich in der Zukunft auch wenig Relevanz hat, deshalb wird dann so ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau rausgelöscht. Jetzt haben wir hier im Bereich 3.100 bis 3.115 Roundabout haben wir Unterstützungsniveau und auf der oberen Seite bleibt weiterhin die 3.211 bis 3.222, das letzte Verlaufshoch, hier das Junihoch und auch hier gilt, wie im DAX auch, da schaue ich auf so Schatten nach oben, auf Umkehrsignale, um hier auf eine Trendfortsetzung zu spekulieren, nämlich Trendfortsetzung, Seitwärtsbewegung, Sommerloch. Da erwarte ich nicht den großen Ausbruch nach oben, deswegen eher hier antizyklisch im oberen Bereich auf Umkehrsignale achten, um dann weiter in Richtung, zumindest erstmal in Richtung 3.100, 3.115 zu spekulieren. Unglaublich, was sich aktuell an der Nasdaq so abspielt, jetzt haben wir hier seit Ende Juni haben wir eine Aufwärtsbewegung schon wieder um 1.000 Punkte gesehen, 9.700 fast im Tief, jetzt 10.843 der Schlussstand am Freitag, 11.000 ist runde Summe, ist psychologischer Widerstand, da erwarte ich eine kleine Reaktion nach unten, die muss nicht sonderlich tief ausfallen. 10.500 ist Unterstützung, erst wenn die unterschritten wird, dann kann es hier nochmal ein bisschen ruppiger werden, ein bisschen, ein kleines bisschen. Momentan, wenn wir uns angucken, zum Beispiel die Tesla am Freitag nochmal über 10% nach oben geschossen. Die Aktie ist unglaublich und bei so starken Bewegungen, da darf man nur eins nicht machen, man darf nicht auf eine Short-Position spekulieren, also dass sich der Kurs umdreht, weil man denkt, jetzt ist doch die Aktie so unglaublich hoch bewertet. Und wie hat es so schön der Christian Röhl jetzt zuletzt gesagt, Tesla ist kein Unternehmen an sich, Tesla ist eine Religion, so in ungefähr und ja, so ist es auch. Und bei so starken Bewegungen, da darf man sich wirklich nicht dagegen stellen, denn häufig laufen diese wesentlich weiter, als man sich das vorstellen kann, als das mit gesundem Menschenverstand ja eigentlich zu beurteilen ist. Deswegen Vorsicht, Tesla hier, bitte nicht auf der Short-Seite versuchen und einfach hier Geld schützen, kein Geld verbrennen. So, jetzt kommen wir zu den Edelmetallmärkten und wir gucken uns zuerst mal Silber an. 1860 bis 19 US-Dollar war Widerstand. Das ist ein ganz langes, altes Widerstandsniveau, war auch früher schon Unterstützungsniveau. An diesem Niveau ist es immer wieder zu deutlichen Reaktionen nach unten, nach oben gekommen und deswegen ist es so eine wichtige, markante, interessante Marke und die wurde jetzt überschritten. Mittwoch, Donnerstag ging es nach oben im Silber. Das Ganze begleitet mit hohem Handelsvolumen, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dann kam es aber am Freitag zu Rücksetzern und zwar zu so einem deutlichen Rücksetzer. Und das ist es dann immer, was im Handeln einfach so die Schwierigkeit ausmacht. Die Unterstützung bleibt so lange Unterstützung, bis sie wieder gebrochen ist. Und man muss sich immer fragen, okay, was vernichtet hier mein aktuelles Szenario, das aktuell bullische Szenario, der Ausbruch nach oben? Wann wäre das nicht mehr vorhanden? Ja, wenn wir zurück in die Range fallen, wenn wir zurück in diese vorherige Seitwärtsbewegung fallen, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Denn aus technischer Sicht wird ja ein Widerstand, der gebrochen wird, dann von oben angetestet wird, der wird dann zur Unterstützung. So, und wenn das nicht der Fall ist, dann trübt sich das Chartbild ein. Und in diesem Fall so Kurse unter 1825, hier das letzte kleine Verlauf, Steve, das, da würde ich dann schon sagen, Mensch, wir müssen mit einem Fehlausbruch rechnen. Und jetzt muss man sich immer bewusst machen, was passiert nach einem Fehlausbruch. Nach einem Fehlausbruch geht es häufig dynamisch in die entgegengesetzte Richtung und häufig wird dann die Unterstützungsseite bzw. die gegenüberliegende Seite noch unterschritten. Deswegen, das ist das, worauf wir jetzt hier in den nächsten Tagen achten müssen, im Silber, aber auch im Gold. Und das schauen wir uns jetzt an. Und hier sehen wir mal den Gold Future noch auf Tagesbasis. Wir hatten hier das wichtige 2011-2012er Bollwerkswiderstandsniveau 1780 bis 1800 US-Dollar. Da hatten wir in 2011, 2012 drei so markante Verlaufshochs. Vor diesem Hoch haben wir uns seitwärts bewegt. Wenn Sie sich zurückerinnern, die letzten Videos habe ich immer gesagt, wir sehen eine Korrektur auf hohem Niveau und das ist eher ein Zeichen dafür, dass wir neue Hochs ausbilden. So, jetzt haben wir neue Hochs ausgebildet. Jetzt muss man sich natürlich weiterfragen. Okay, was kommt als nächstes? Eigentlich erwarten wir, dass der nächste große Widerstand angelaufen wird. Und den haben wir im Bereich 1900 bis 1925. Was wird dieses Szenario zunichte machen? Wenn wir zurück in die vorherige Range fallen. So, und das haben wir auch im Silber ja eben schon gesehen. Und darauf gilt es hier in den nächsten Tagen zu achten. Und im Artikel auf Finanzmarktwelt habe ich so ein bisschen was zur Psychologie auch geschrieben. Und da möchte ich jetzt auch nochmal drauf eingehen. Denn es wird ja immer gesagt, wenn Sie irgendwie mal ein Seminar besuchen, ein Webinar weiß der Teufel, um Trading zu lernen, dann wird immer gesagt, naja, man muss emotionslos handeln. Aber da frage ich mich immer, diejenigen, die das lehren, haben die schon mal wirklich gehandelt oder sind das wirklich eiskalte Roboter? Ich persönlich bin es nicht. Ich bin seit 2004 im professionellen Trading aktiv. Ich habe viele sehr, sehr gute Händler gesehen, kennengelernt. Du saß im Großraumbüro, im Parkett und so weiter. Und da kann ich Ihnen nur sagen, Leute, auch da sind die Emotionen, die sind einfach da. Die können wir doch nicht abstellen. Wie soll denn das gehen? Und deswegen macht euch keine Sorgen, wenn ihr mal Angst oder Gier verspürt oder Verzweiflung oder Fragen aufkommen, so wie jetzt. Hält die Unterstützung? Ist das wirklich schon ein Ausbruch? Und genau die Fragen stellt sich ja jeder und die sind ganz normal. Und glaubt mir, ich habe in meiner Zeit schon so viele Mäuse, Tastaturen und Bildschirme kaputt gehen sehen. Jetzt nicht von mir, ich bin da nicht so der Typ. Aber glaubt mir, an der Börse und auch in den Handelsräumen, da hat jeder, ich sage mal, wenigstens ein, zwei Mäuse neben seinem Platz oder in der Schublade und auch eine neue Tastatur, falls diese mal wieder versehentlich zu Bruch geht, dass man da schnell neue einstöpseln kann. Also, Emotionen sind ganz normal. Man muss einfach im Trading, muss man sich der Emotionen bewusst sein. Und ganz wichtig, man muss damit leben können. Man muss einfach wissen, die Emotionen gibt es. Und deshalb ist es wichtig, dass man zum einen einen Handelsplan hat, dass man immer weiß, okay, was gilt es zu tun? Und vor allen Dingen, was gilt es zu tun? Ab welchem Punkt geht meine aktuelle Idee nicht auf? Wann muss ich die Position wieder schließen? Und natürlich das Thema Risiko und Money Management. Wenn man sich bewusst ist, dass ein einzelner Trade einem nichts anhaben kann, man kann ihn nur verlieren. Man kann, ich sage mal, vielleicht ein Prozent seines Depotwertes verlieren. Aber insgesamt bringt uns das ja nicht um. Insgesamt bringt uns ein verlorener Trade sogar mehrere hintereinander. Das kommt auch immer vor. Das zerstört aber unser Konto nicht, unsere Lebensgrundlage. Und von daher, wenn man das weiß, wenn man sich dessen bewusst ist, dann kann man auch, naja, schmerzfrei ein Stück weit emotionslos handeln oder zumindest einfach sich emotionslos an seinen Plan halten. Und natürlich gehört auch immer mal dazu, dass man sich ärgert, wenn es nicht so läuft, wie man sich das gerne vorstellt. Und jetzt gucken wir uns noch das Öl an. Und auch im Öl hatten wir zuletzt hier die Widerstände nach oben angesprochen. Und da habe ich auch immer Reaktionen erwartet. Ich habe immer gesagt, na 34, 34, 60 ist so das Korrekturziel. Aber es läuft eben nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Die Widerstände haben Bestand. Es ist auch immer wieder zu Reaktionen nach unten gekommen. Aber wir müssen hier einfach sehen, die Käufer greifen direkt, wenn es mal etwas Schwäche gibt, greifen die Käufer hier direkt wieder ins Geschehen ein und ziehen den Markt nach oben. So jetzt auch wieder hier im Öl am Freitag geschehen. Und insgesamt müssen wir uns immer fragen, was sagt der Markt mir aktuell? Und aktuell kann man sagen, dass die Käufer immer noch nicht locker lassen. Aktuell kann man sagen, je länger wir uns auf diesem hohen Niveau aufhalten und an den Widerständen knabbern, desto instabiler werden die und desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie mal nach oben ausbrechen. Deswegen, wenn man Short engagiert ist, dann muss man einfach vorsichtig sein und die Zeichen des Charts deuten und hier entsprechend auch sich positionieren. Wenn man Short ist und sowas sieht, dann sollte man vielleicht mal eher von der Short-Position Abstand nehmen und sich zumindest neutral oder ein Stück weit neutral aufstellen. Man kann ja auch mal einfach eine halbe Position verkaufen, um zu gucken, was hier jetzt weiter passiert. Das war's von meiner Seite für diese Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes, entspanntes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche. Vielen Dank.